jo leute herzlich willkommen hier zum abschluss meiner großen tabor reaction von den rocket beans ich bin der dan und beschäftige mich mit pen and paper rollenspielen und ich freue mich dass ihr so zahlreich dabei seid und natürlich runden wir auch wieder tabor mit dem was wäre wenn von florentin ab dieses seht es dieses was wäre wenn ist in der moin moin show gelaufen die es ja jetzt nicht mehr gibt dementsprechend weiß ich jetzt nicht genau ob jetzt das gesamte moin moin also das war ja so eine morgensendung immer so eine stunde oder so morgens oder eine halbe ich weiß gar nicht ehrlich gesagt ich weiß nicht ob das gesamte ding über über tabor geht oder ob da noch andere themen verhandelt werden da werden wir dann kurzfristig reagieren wie immer zeichne ich jetzt diese reactions hier im live stream auf das heißt wenn ich fragen beantworte dann nicht wundern und auf jeden fall nur fragen zum thema tabor und was auch immer und da ist schon der erste am start ich sag schon mal guten morgen ja an den otto tales damit könnt ihr sehen dass es auf jeden fall live ist so wir starten rein ins let's play nein nicht ins let's play in das was wäre wenn mit florentin herzlich willkommen zu diesem fantastischen moin moin heute geht es um heute machen wir ein kleines schönes was wäre wenn zum pen and paper von letzter woche tabor ich hoffe ihr seid mit dabei stellt eure fragen heute wird alles geklärt so dass ich hoffe ihr habt eine fantastische woche hinter euch wenn nicht dann habt ihr zumindest einen fantastischen freitag und ein grandioses wochenende vor euch die leute passiert eine menge heute abend stefan tietze zu gast filmfights und fantastisch rage of empires toll und morgen natürlich die lang erwartete flummi wm mein nachbar hat mir schon mehrere morddrohungen unter der tür durchgeschoben das heißt ich glaube mein training funktioniert auf jeden fall ansonsten schauen wir uns heute mal das wäre was wäre wenn an letzte woche lief der letzte teil von dem aktuellen pen and paper tabor und es gab wahnsinnig viel rückmeldung und ich will heute so ein paar fragen beantworten haut eure fragen raus könnt ihr gern machen unter hashtag moin moin hashtag tabor im chat könnt ihr auch was ballern und ich glaube ich mache das forum auch noch auf also sollte auf jeden fall ankommen haut eure fragen rein es gibt viele aufzuklären es gab noch viele offene fragen und ansonsten natürlich wie immer vielen dank an alle die sich beteiligt haben ist es immer großartig nach so einem abend sich dann noch die ganzen bilder anzuschauen hier unter hashtag tabor kann man immer ganz viel sehen hier samson der golem ballert durch den dschungel kein problem von marcel ein bild können wir das sehen auf jeden fall lohnt sich unter hashtag tabor mal so ein bisschen durchzuscrollen da findet man immer ganz viele tolle sachen die nebenbei so gemalt wurden und ansonsten kritisiert warum heute jacke auf völlig richtig marvin ist natürlich ein absolutes no go wir haben letztes mal gelernt die jacke immer öffnen bis zur tasche obwohl nicht ja das sind diese moin moin geplänke die zuschauer ein bisschen animieren ich skipp mal vor und da gab es ja schon so ein bisschen wie viele leute haben geschrieben ja sie fanden den nervig sie fanden den nervig und das ist immer sehr interessant zu sehen weil man da wieder merkt dass pen and paper rollenspiele generell einfach eine sehr individuelle sache sind das ist jetzt spannend ich habe das ja schon mal gesehen das ist jetzt jahre her ich weiß es nicht mehr genau was genau kommt aber interessanterweise ist für die für die zuschauer für die für die rocket beans zuschauer sind die anderen figuren wie fuchstreu oder hortensia eher die die gestört haben weil sie ihre rollen gespielt haben äh und gar nicht so bombastos der eher aus der pen and paper sichtweise also aus meiner sichtweise eher der störfaktor war also da ist eine interessante wahrnehmungsschere hier dabei ähm es spielen zwar viele menschen pen and paper ich glaube aber dass viele verschiedene menschen auf sehr verschiedene arten pen and paper spielen pen and paper ist ja erstmal ein großer sandkasten da kann man viele dinge machen und äh viele spieler spielen auf unterschiedliche arten pen and paper und haben dann auch unterschiedliche erwartungen an unsere pen and paper runden und ähm da gibt es ja große pen and paper rollenspiel theorie aufschlüsselung verschiedene spieler typen und so und da gibt es halt gruppen die haben spaß daran irgendwie gemeinsam rätsel zu lösen und dann irgendwie zusammen an einem strang zu ziehen andere gruppen irgendwie haben total spaß darin in den rollen aufzugehen und irgendwie auch diese historische wirklichkeit wahrzunehmen und dann total alles genau die welt zu simulieren und andere wollen einfach eine interessante geschichte erzählen den ist die dramaturgie wichtiger als das jetzt irgendwie tatsächlich was vorangeht und ähm da ist es immer wieder sehr schön zu sehen wie unterschiedliche leute unterschiedlich darauf reagieren ich fand nämlich die spieler ähm absolut fantastisch ich finde es großartig sie haben sich sehr sehr gut ergänzt und ähm auch die art wie sie ihre rollen gespielt haben fand ich fantastisch weil ich persönlich bin ein spielleiter und auch ein spieler dem eher die erzählung wichtig ist also dass es dramaturgisch irgendwie interessant ist und ähm da haben viele geschrieben irgendwie zum beispiel als im ersten teil gunnar dann weggerannt ist als die anderen aufs schiff geflohen sind oh der arbeitete gegen die gruppe und irgendwie den würde ich sofort aus meiner gruppe schmeißen und so ich fand es genial ich fand es brillant ich finde genau so soll es sein weil er genau seine rolle gespielt hat und eben nicht als spieler die situation betrachtet hat oh ich muss bei meiner gruppe bleiben sondern er hat wirklich als charakter in der welt seine rolle ausgespielt er ist ängstlich er ist jemand der der war jetzt 16 jahre lang in der akademie in seinem kämmerlein gestanden und plötzlich liegt er in kompletten hafen in ähm schutt und asche und kriegt er einfach panik und rennt weg und da sind ja auch sehr schöne szenen draus entstanden dass die andere die rest der gruppe ihr merkt schon wie er jetzt das verteidigen muss gegenüber diesen ähm den zuschauern also diesen stamm zuschauern von rocket beans weil das halt ähm für die ein krasser kulturschock war ihr müsst euch das mal vorstellen die sind ja diese leute da die da pen and paper spielen die sind ja in ihrer rocket beans äh pen and paper szene aufgewachsen in ihrer blase die kennen das so wie die rocket beans spielen also die hauptmoderatoren und jetzt kommt florentin hier hin mit neuen spielern die ja auch alle aus dem rocket beans kosmos sind also die leute waren alle bekannt den leuten aber die haben auf einmal mal ich sag mal in anführungszeichen in ein realistischeres pen and paper gespielt ich will gar nicht sagen ein richtiges weil es gibt ja nicht richtig und falsch aber so wie es jetzt bei florentin mit tabo ablief das war eher realistisch so wie wir es auch am tisch kennen und es war auch von der charakterdarstellung im gegensatz zu diesen tiers sachen von anfang vom anfang war das auch viel viel intensiveres und tieferes rollenspiel und ihr merkt wie florentin das jetzt hier verteidigen muss weil die zuschauer nur diesen unterhaltungs action stil vom hauke irgendwie kennen und kennen und schätzen also schon interessant muss ihn dann wieder zurückholen und er musste sich dann überwinden und sagen ah fuck okay gehe ich doch zu meinen freunden das ist das finde ich persönlich genau richtig und da finde ich es gerade schön wenn nicht die ganze gruppe an einem strang zieht und gerade nicht zusammen jetzt einfach sagt so ah ja deine rolle ist das deine rolle ist das und wir wissen eh wohin es geht und niemand darf gegen die gruppe spielen es gibt kein gegen die gruppe spielen ich glaube das gibt es so nicht wenn der florentin keine ahnung der ist so der ist auch nicht so im saft dass wenn ein paper angeht es gibt natürlich ein gegen die gruppe und ich habe das auch schon erlebt und das ist eine situation die man aushalten muss und das sind aber situationen die müssen vom spielleiter dann wirklich gezielt gespielt werden dass man sagt okay du kannst gegen die gruppe spielen du kannst seine gruppe jetzt verraten aber du musst das jetzt mit allen konsequenzen ausspielen also gegen die gruppe bedeutet nur dass man nicht wahllos seine team mitglieder angreift oder umbringt oder sonstige dinge und da muss man wirklich einen klaren cut setzen weil pen & paper ist ein kommunikatives spiel es ist ein soziales spiel und die gruppe muss innerhalb des gefüges funktionieren also die gruppe ich rede jetzt nicht von den figuren im spiel das auch aber auch außerhalb und hat und es heißt nicht dass wenn man jetzt sagt meine figuren reagiert so und so dass das gegen die gruppe bedeutet florentin legt das hier zu weich aus gegen die gruppe bedeutet wirklich dass man gegen seine mitspieler agiert und wenn jetzt eine figur weil sie unerfahren ist und so weiter panik bekommt und weg rennt ist das nicht gegen die gruppe spielen sondern dass das charakterspiel gegen die gruppe wäre jetzt gewesen wenn sie ist eigentlich das was bombastus die ganze zeit gemacht hat er hat gegen den plot gespielt er hat gegen die gruppe gespielt er hat leute angegriffen er wollte leute umbringen ohne not hat er da sachen gemacht die immer so oben drüber waren und eigentlich hat das hauke gemacht mit er hat gegen die gruppe gespielt weil er auch er hat auch keine rücksicht auf die anderen figuren genommen was man ja nicht muss aber ihm war das scheißegal und er hätte weiß ich nicht aber er war im rampage modus und das ist eher gegen die gruppe als fuchstreu der durch die gegend läuft weil er angst hat und und sagt ich ich kann auch mit dieser gruppe nicht mehr agieren weil die sind total wahnsinnig also jedenfalls zwei davon es ist schwierig spannung in der gruppe entsteht dann ist das genau die essenz des erzählens dass eine spannung in der gruppe erzählt man könnte auch sagen boromir spielt gegen die gruppe der gefährten kann man so sehen aber es ist dadurch eine interessante geschichte natürlich hält er die gruppe auf und natürlich stürzt er die gruppe in schwierigkeiten aber macht es interessant weil er eben diese spannung darstellt und eben die verschiedenen repräsentationen darstellt zum beispiel jetzt irgendwie diese keine ahnung die beiden menschen in den gefährten aragon und boromir bilden zwei verschiedene ideen des menschengeschlechts ja das ist jetzt auch wieder blödsinn also von der sache her genau das ist das fuchstreu macht das spannend dadurch dass er eine andere entscheidung trifft als die gruppe und das ist nicht gegen die gruppe und das mache ich auch in so vielen situationen wo man sagt rollenspieler sind die ganze zeit irgendwas am diskutieren und so was ist der beste weg und wie machen wir das und hin und her und ich bin dann auch immer jemand der dann echt aktionen reinhaut ich sag dann ich mache jetzt ich mache jetzt einfach ist es zu viel gerede wir müssen jetzt mal was machen wenn es in die figur passt der hat so figur passt und das sollte auch immer so sein also nicht zu viel alles tot reden und tot überlegen und auch probleme machen konfliktspiel dinge sagen nein das mache ich nicht das müssen wir anders lösen oder anders reagieren als es von einem erwartet ist wenn das die figur her gibt sollte auf jeden fall mit drin sein und das bringt ja dann erst mal so ein bisschen spannung spaß und auch realität in so eine rollenspielrunde rein das ist viel besser da also boromir so als der verführbare schwache machthungrige menschen aragon dann eben der edle heldenhafte mensch der dann am ende obsiegt und diese beiden ideen werden in diesen figuren dargestellt und zwischen denen gibt es dann einen konflikt und das ist interessant also genauso wenig wie boromir gegen die gruppe arbeitet finde ich kann man hier nicht sagen dass fuchstreu gegen die gruppe arbeitet ich finde das gibt es in der hinsicht nicht das kommt aber dran drauf an wie man rollenspiel betrachtet wenn man jetzt wirklich jo jetzt kommt mal ein beitrag rein aus dem chat zum thema ist moin simon großer kommentator unter den videos grüße gehen raus liegt es es liegt dann auch an der gruppe wie man mit störern umgeht schreibt simon wenn sie hauke im game zur rede gestellt hätten wäre das auch eine interessante szene gewesen das ist auch so also es sie haben ihn zur rede gestellt immer mal wieder haben sie ihm gezeigt dass es nicht so geht allerdings war das natürlich innerhalb ihrer rollen sehr sehr schwach und ja es hat nicht dazu geführt dass hauke oder bombastus sein verhalten innerhalb der gruppe geändert hätte aber das gab es schon ich muss muss sagen in meinen runden wenn ich damit gespielt hätte das wäre ein massives konfliktspiel geworden ich hätte bombastus wenn ich eine gute figur gespielt hätte oder eine figur die das nicht gutheißen kann da hätte ich schon massiv dagegen geschossen und hätte auch wenn es jetzt nicht hier um so ein unterhaltungsformat ginge wahrscheinlich die gruppe an diesem punkt verlassen wenn der da anfängt die leute versucht umzubringen oder irgendwelche dinge zu machen also ja das konfliktspiel wäre interessant gewesen da hätten aber auch die spieler die da noch so dabei sind die vielleicht etwas unerfahrener sind auch ein bisschen nachdruck dem hauke gegenüber bringen müssen also ist eine schwierige situation hauke hat da sehr dominiert sehr auch stark agiert und gelenkt und umso weniger lebenspunkte er hatte umso schwächer er wurde umso weniger wurde das aber hat es halt bis zum schluss immer weiter versucht ich empfehle euch auf jeden fall auch den teil 2 von tabor den wir uns auch zusammen in der reaction angucken der war eigentlich für heute geplant aber dann habe ich gesehen es gibt hier dieses was wäre wenn wirklich sieht okay ich habe total bock darauf dass die zusammenarbeiten wie eine coole gruppe und dass sie ineinander greifen dann ist natürlich ein anderer anspruch der dann eher enttäuscht wird als wenn man sagt man will jetzt irgendwie eine interessante dramaturgie erleben und so und deswegen ist es total klar und es gab auch viele die das ende schlecht fanden und es gab auch viele die vieles zu kritisieren haben und ich finde es wieder immer interessant zu sehen dass es da einfach viele unterschiedliche ansprüche gibt was man denn erwartet ich glaube bernet paper ist gerade so eine art von ein hobby das spielen viele auch alleine abgeschnitten vom rest der welt einfach bei sich in der gruppe und haben dann einfach eine gewisse vorstellung wie es zu sein hat und wenn man dann auf andere rollenspielgruppen trifft dann hat man sofort die machen das anders oder die haben an anderen sachen spaß und ist dann irgendwie falsch und ich glaube letzten endes gibt es natürlich kein richtig und falsch sondern es gibt einfach unterschiedliche dinge das heißt natürlich nicht dass ich alles völlig richtig gemacht habe ganz im gegenteil ich habe so viele fehler gemacht dazu aber mal von dem grundansatz ist mir einfach aufgefallen dass viele zuschauer eine andere erwartungshaltung hatten genau das ja andere erwartungshaltung aber das was florentin sagt ist halt genau richtig er hat so viele fehler gemacht hier sich anders vorgestellt hat was er zugelassen hat was er nicht nicht zugelassen hat was er hat einfach laufen lassen und so weiter und das ist genau das es war eine schöne runde es macht spaß hier zu gucken auch der bombastus hat spaß gemacht dass er da so ein bisschen durchgedreht ist und so weiter hat das hätte man natürlich auch noch schöner lösen können als gruppe aber es sind viele sachen nicht so perfekt gelaufen und trotzdem ist es eine spannende runde geworden und hat spaß gemacht zuzugucken und das sollte man sich auch für daheim merken es muss nicht immer alles perfekt laufen und gerade ich bin da so einer ja der da ist sehr sehr stark darauf aufpassen muss ich versuche immer alles sehr sehr perfektionistisch vorzubereiten und zu leiten und ja das versuche ich mir ein bisschen abzugewöhnen es ist immer nur das cool was die spieler von der fassade sehen was dahinter ist das ist bleibt im nebel als die als ich es zum beispiel hatte kannst du bitte ein bild wieder aufstellen schreibt switch ja natürlich gerne kann ich es lohnt sich immer wieder natürlich wunderschön da war ich noch da war ich noch jung und drank das war noch eine gute zeit hey florentin was die geschichte der vier armen war da erzählt war der erzählt die krieg nur propaganda nie der krieg hat tatsächlich stattgefunden das ist ja so ein bisschen aus dem intro des allerersten teils sieht man ja am anfang es gab einen großen krieg zwischen den menschen und den vierarmigen und dadurch dass in den krieg die zauberer und die nicht zauberer zusammenarbeiten mussten ist diese gesellschaft überhaupt erst entstanden dass die zauberer in akademien leben und es so ein bisschen eine parallel gesellschaft gibt und die idee war so ein bisschen dass natürlich die armee der vierarmigen geschlagen wurden unter hohen verlusten und zurückgedrängt wurde aber natürlich noch vereinzelte vierarmige hier und da versteckt sind und sich sozusagen überlebt haben und es hat auch jemand in die kommentare geschrieben ich weiß nicht mehr wer es war ich glaube der wolfgang aber ich bin mir nicht sicher der hat sich auch gewundert ja das ist so komisch die legen halt diesen schuh dahin in diese in diese höhle der ja nur roter herring war die sollten dem nachjagen und am besten gar nicht mehr zurückkommen und dann ist dieser vierarmige auf der insel ja hat der vierarmige denn sonst niemanden angegriffen und so weiter es gibt tausend möglichkeiten wieso dieser vierarmige noch da ist und dieser schuh trotzdem da platziert worden ist vielleicht ist einfach ein magier hingereist hat den da reingeschmissen in die höhle ist wieder raus hat den gar nicht gesehen vielleicht hat der vierarmige angst gehabt vielleicht wurde der vierarmige kurzzeitig paralysiert oder was auch immer und der sollte dann da sein um halt noch als herausforderung zu funktionieren also es gibt viele viele möglichkeiten warum dieser vierarmige auf dieser insel ist obwohl vorher wohl ein magier da gewesen sein muss um diese falsche fährte diesen schuh in dem fall dort zu hinterlegen also das kann man alles kann man alles hindrehen es gibt eigentlich keine toten enden man muss sich nur ein bisschen gedanken machen man kann alles immer so verargumentieren dass es am ende sinne gibt vierarmige sterben nicht an einem natürlichen tod sondern werden irgendwann umgebracht und deswegen überleben die auch einfach lange und da hat sich einer eben auf diese insel gerettet und lebt da es gibt tatsächlich nur einen einzigen vierarmigen auf dieser insel das hätte man auch erfahren können man hätte auch einfach die tiere fragen können wie viele gibt es denn nur ein das ist so ein bisschen dann der könig der tiere da auf dieser insel so wird er von den tieren da gesehen es gibt auf jeden fall nur einen einzigen und generell sind vierarmige schon kulturfähig dass es auf jeden fall propaganda die noch aus den alten kriegszeiten übrig sind dass das absolute barbaren blutrünstige sind die haben eine eigene sprache die haben eine eigene kultur und dadurch dass sie auch nicht an einem natürlichen tod sterben gibt es natürlich auch sehr sehr alte und sehr sehr weise und sehr mächtige vierarmige es gibt aber also sozusagen die die entwicklung eines menschenlebens ist bei den vierarmigen sozusagen stark gedient das heißt ein hundertjähriger oder sagen wir mal ein dreistigjähriger vierarmiger ist dann noch auf dem niveau eines kleinkindes aber sie haben sozusagen ein höheres potenzial als der mensch der irgendwann stirbt aber die nicht das heißt sie können wenn sie tausend jahre alt sind auch super weise und super krass werden und super krasse wesen werden von daher ja es gab nur einen einzigen vierarmigen den sie da der india die falle gestellt hat mit dem hätte man nicht unbedingt kämpfen müssen man hätte auch mit dem verhandeln können man hätte auch mit dem dem was zu essen geben können ist natürlich immer schwer einzuschätzen weil man natürlich auch als als spielleiter den spieler immer unter druck setzt der einerseits nicht zu spät angreifen will andererseits nicht auch nicht der sein will der angreift obwohl es gar nicht nötig ist aber völlig verständlich und hat auch gut funktioniert und ich hätte gerne gesehen wie hauke den weg ballert mit einem meteoriten aber hat leider ist leider am würfelwurf gescheitert ja aber das ist genau das man hätte auch mit ihm verhandeln können und das ist ganz wichtig also es ist dann doch kein hirnloses monster gewesen natürlich hat hauke ich weiß jetzt gar nicht mehr ob das jetzt direkt hauke war der der da drauf so direkt mit aggression reagiert hat der steckte ja in diesem loch da drin oder wurde gerade gerettet aus dieser teergrube aber ja da bin ich mir jetzt nicht sicher wer da also ich glaube es wurde auch versucht ja wie oder ivy hat versucht diesen vierarmigen nachzustellen hat vier arme zu machen mit einem busch und so die anderen haben andere handlungslösungen versucht aber es bringt ja nichts wenn wenn da schon angefangen wird auf den einzudrechen oder was auch immer das war so eine reine schlachtorgie von hauke wenn man über über darüber nachdenkt er hat jede situation wirklich nur mit aggression und mit draufhauen begangen wenn ich so drüber nachdenke die anderen haben verschiedene sachen auch mal versucht aber ja hauke immer drauf 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 und und das ist halt echt lame also das hatte wenn das wenn das die wenn das das ist ja das interessante bei tiers wenn das die spieler gemacht haben dann hat er die eingegrenzt das erinnere ich mich noch dran dass die am anfang auch immer alles angegriffen haben und alles getötet haben so nach dem motto und und er wollte sie dann eingrenzen das hat er dann auch bei tiers so gemacht und hat die dann gesagt nein könnte nicht immer alles angreifen das macht gar keinen sinn und so und hier setzt sich hauke hin und spielt so eine figur also schwierig oh oh das wollte ich nicht so wollte ich was hattest du zuerst die spieler oder die welt und wie viel der welt war vorher geplant und wie viel on the fly ausgedacht ich wollte ein fantasy pen and paper machen und kam dann recht schnell zu magien fand das interessant und dachte mir dann aber dadurch dass ich auch eine neue also ich wollte erst ein fantasy pen and paper machen dann hatte ich dachte ich magie ist doch cool dann dachte ich hm wenn ich schon fantasy macht dann will ich ein eigenes universum kreieren weil ich möchte nicht dass die spieler unterschiedlich viel ähm unterschiedlich viel wissen über die welt haben also meine eigene welt aber die spieler kennen die welt dann noch nicht so gut also warum denn dann nicht kinder weil oder jugendliche die kennen die welt auch noch nicht so gut und sind auch noch so ein bisschen verloren und die spieler müssen nicht ständig eine kompetenz darstellen die sie nicht haben wenn die jetzt irgendwie erzmagier gespielt hätten wäre es ihnen wahrscheinlich schwierig gefallen weil sie natürlich dieses wissen gar nicht hätten haben können um einen erzmagier ähm realistisch darzustellen von daher kam ich dann zu den jugendlichen und dachte mir okay vier jugendliche und so ist dann entstanden und generell finde ich es immer gut wenn man eine neue gruppe hat und neues system den plot so einfach zu machen wie es geht und aber drumrum interessante sachen zu basteln und der plot war super leicht es ist ein suchen und finden plot sie müssen irgendwas suchen und holen super easy egal wie weit sie abgedrängt werden sie können da immer noch hin und ähm habe dann eher versucht ein rundherum zu machen ähm äh hier schreibt jemand aus dem chat ähm sehe ich nicht so wie florentin klar dass es nicht langweilig und vorhersehbar sein soll aber drei der charaktere sind mental falsch abgebogen und sozial eine katastrophe okay das ist jetzt eher deine eigene meinung da kann ich nicht viel dazu sagen ich finde das nicht so überhaupt nicht ähm ich finde sie sozial nicht eine katastrophe ich finde sie essenziell und ähm zum beispiel das ist auch immer wieder so ein ding was einem vielleicht auf den ersten blick nicht auffällt zum beispiel so ein charakter wie wie miri ähm ist essentiell wichtig und hat super gut funktioniert das ist der wahnsinn also er referenziert ja jetzt auch auf äh nicht nur auf die chat beiträge sondern auch natürlich auf auf ähm kommentare unter den videos das ist ja schon gelaufen das let's play äh über und auch äh kommentare oder diskussionsstränge auf reddit da ist ja bei rocket beans immer viel diskussion und so und es ist für mich komplett nicht verständlich äh ihr könnt es gerne in die kommentare schreiben wenn ihr das hier auf youtube seht später ähm ob wie ihr das euch denkt es ist für mich unvorstellbar wie man schreiben kann es sind drei figuren mental falsch abgebogen das bedeutet ja also im besten fall bedeutet das hauke hauke äh oder nein nicht hauke also bombastus iwi und wer ja auch immer ähm anscheinend haben die wirklich das was 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 bombastus da abgezogen hat als als gutes spiel erlebt und dass miri und äh äh und gunnar also fuchstreu und hortensia nicht da mitgezogen haben alles umzubringen und komplett rampage zu gehen das hat die kommentatoren in diesem stream verwundert und auch als negativ haben die das wahrgenommen und ich hoffe dass wir dass ihr ja die das jetzt auch auf youtube dann sehen ähm natürlich on demand dann als video dass ihr versteht dass das was hier bei tabor passiert ist mit mit bombastus eine gruppe kaputt machen kann auch den spaß kaputt machen kann von anderen spielern an ihren charakteren wenn einer kommt und komplett drüber bügelt und es ist mir scheißegal was die anderen für figuren spielen ich mache einfach mein ding das ist der unterschied und äh auch wenn euch das gefallen hat wie das hier gelaufen ist wenn ihr mal spielt wirklich am tisch spielt oder spieleitet und so eine figur kommt dann da rein die so dermaßen destruktiv ist dass sie alles kaputt macht dann werdet ihr verstehen warum ich das nicht gutheißen kann wie hier bombastus agiert hat und ähm ich hoffe ihr könnt auch auf diesem kanal hier dinge euch ansehen auch in meinen let's plays und so wie man wie man das halt auch anders machen kann besser will ich gar nicht sagen aber anders dass man halt am ende vielleicht für alle ein schönes spiel hat und nicht nur für eine figur also wie gesagt ich will jetzt auch nicht zu hart auf Hauke rumdengeln ne der hat schon viel gemacht und so aber das war halt für mich war das ein kein guter auftritt hier in dieser runde ich melde mich jetzt hier nochmal ich grätsche jetzt gerade rein mein livestream ist beendet und ich habe jetzt hier noch was gesehen dass äh Florentin hier noch eine ganz ganz essentielle wichtige frage beantwortet das kommt in diesem in dieser Geschichte hier eigentlich ganz am ende ich schneide sie aber direkt in die erste folge rein ähm und das ist jetzt auch nicht mehr live aber das ist jetzt eine ganz ganz wichtige Szene wie Florentin Bombastus wahrnimmt und da schauen wir rein war es jetzt wirklich ein Wettkampf der Akademien? ja es war ein Wettkampf der Akademien ähm wenn sie alle Auflagen erfüllt in den Schuh zurückgebracht hätten das wäre natürlich das Best Case Szenario wenn sie den Schuh einfach so zurückgebracht hätten hätten sie ähm einfach gewonnen sozusagen hätten einfach die ähm ihre Ausbildung abschließen können das wäre dann so vielleicht das Endbild gewesen aber sie haben sich natürlich ähm schon sehr schwer gemacht dadurch dass die ganze Stadt nach ihnen sucht ähm und auch da jetzt kommt's natürlich ich will da ja das ist immer die Frage wie sehr man als Meister eingreift weil ähm natürlich Haukel dann ähm seinen Charakter sehr selbstbewusst und sehr herrisch gespielt hat in der Situation und das Problem ist dass wie gesagt die Spieler oft vergessen was beim letzten Mal passiert ist weil die letzte Situation war Bombastus hetzt ohne Grund sämtliche Garten der Stadt auf die Gruppe und die Gruppe rettet sein Leben mehr oder weniger und ähm da hätte man auch mal drauf eingehen können als Spieler zu sagen können hey jetzt halt dich mal reiß dich mal hier zusammen wir haben dir gerade das Leben gerettet und wegen dir sind wir alle mit einer Todesstrafe belegt ganz wichtig da das war das das war das das äh einzige was mich jetzt außerhalb von ähm dieser ganzen Geschichte so ein bisschen gestört hat dass es so wenig Gegenwehr wenig Reaktion gab ähm weil Hauke kann ja diesen Charakter so spielen so herrisch und selbstbewusst wie er es jetzt hier nennt ich nenne es eher psychopathisch er hat Leute einfach so umgebracht und solche Geschichten äh und angegriffen auch die ganze Zeit und bedroht und so ähm und ich sag mal so äh genau das wäre die richtige Reaktion gewesen und da hätte Florentin auch als Spielleiter mit den Spielern nochmal eine richtige äh vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen sollen oder ähm sie vor der Runde nochmal briefen sollen weiß ich nicht aber ob sie es dann auch so gemacht hätten aber ja genau das ist das entscheidende entscheidende Punkt es ist kritisch ähm eine kritische Situation gewesen und Bombastus hatte sich hier an der Stelle wenn jetzt hier an der Stelle eine Intervention gekommen wäre der Gruppe Bombastus hätte gelernt okay ich bin komplett oben drüber ich hab mich komplett scheiße verhalten und hätte sich dann geändert dann wäre die Figur gut gewesen ja komplett durchdrehen machen was ich will ich dominiere alles und dann fällt einmal auf oh ich ich gehe den falschen Weg und warum ist das so und man kann sich hinterfragen und man kann es auch ausspielen und sagen ach ich hatte schon immer früher so Probleme vielleicht liegt es ja an mir und ich ich weiß einfach nicht was mit mir los ist und damit hätte man keinen Charakter viel viel runder und schöner darstellen können aber dadurch hätte er halt den auch den Input von der restlichen Gruppe gebraucht ähm aber da will ich natürlich als als Spielleiter nicht so eingreifen in die Charakterkonstellation weil das ist natürlich deren Ding ähm wie sie das machen wie fandest du die allgemeine Gruppendynamik sehr sehr gut sehr sehr gut ich fand es sehr sehr gut die Charakteräre haben sich sehr gut ergänzt ähm so ein ähm mir kann niemand was antun Charakter wie Hauke ist natürlich nur dann interessant wenn du auch den Angsthasen Charakter hast der das konterkariert und deswegen fand ich es tatsächlich sehr gut und vor allem Miri fand ich fantastisch weil natürlich so das ist ähm diese diese gute Seele oder dieses moralische Gewissen immer ganz essentiell ist weil dadurch ganz viel Konflikt und ganz viel Dramaturgie entsteht ja ganz kurzer Abschluss noch jetzt hier und dann gehe ich äh geht es in diesem Video auch hier wieder weiter ähm ich schneite das ja so mitten rein äh ganz wichtig er hat das Gruppengefüge er hat das Gruppengefüge bitte macht keinen Unsinn und ähm Hauke sagt Hauke sagt transmagisch am Arsch frisst Strom und es funktioniert nur zusammen es funktioniert nur zusammen nur weil jemand davor gesagt hat wir müssen uns an die Regeln halten kann Hauke den coolen Spruch machen wären alle vier Figuren wie Haukes Charakter würde es überhaupt nicht funktionieren man braucht diese Gegenpole man braucht diese Spannung aus der dann coole Szenen entstehen können das ist zum Beispiel auch wie bei Breaking Bad wo alle Skylar total nervig finden aber als aus der Sicht einer Figurenkonstellation ist sie essentiell wichtig und sie macht die Figur des Walter ja genau das das ist etwas was ich auch schon vor dieser Sache hier ich fand es immer gut Florentin spricht halt zu 90% auch das aus was ich sage ähm weil wenn Leute sich aufregen über Breaking Bad über diese Frau von Walter White oder über die Cersei Lannister bei Game of Thrones und so weiter und so fort oder über den König Joffrey bei Game of Thrones genau diese Figuren braucht man das ist ganz wichtig als Gegenpol sonst funktionieren Figuren nicht genau das und das ist wirklich gutes Storytelling und ähm das ist so also ähm 100% genau richtig ich sehe gerade äh wir sind jetzt hier bei 14 Minuten erst im Video und wir sind schon mal in einer halben Stunde Aufnahmezeit dann machen wir das für YouTube für die Aufnahme in zwei Teile dass es nicht zu lang wird ähm und ich beende hier das Video an dieser Stelle der Stream bleibt natürlich äh weiter an und wir machen hier direkt weiter also das wird auf jeden Fall äh laufen also viel Spaß noch auf meinem Kanal bis äh zum nächsten Video ciao ciao bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video